So Leute, im heutigen Video müssen wir uns über ein wichtiges Ereignis unterhalten, was einen bedeutenden Einfluss auf die Kryptomärkte haben kann. Das Ganze wird wahrscheinlich in gerade mal ein paar Stunden stattfinden, deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Dann unterhalten wir uns noch über die Short-Term-Charts, die Long-Term-Charts, wir sprechen über ein paar Daten, die uns zeigen, ob wir dieser Rallye wirklich vertrauen können oder nicht und noch viel, viel mehr. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Und bevor wir jetzt irgendetwas anderes machen, möchte ich erwähnen, dass wir ja immer noch nicht an dem Punkt angelangt sind, an dem wir komfortabel das 22.500 Dollar Level antesten können. Man kann jetzt sehen, dass wir schon wirklich eine ganze Weile seitwärts laufen und im Grunde genommen zeigt das einfach nur, was das für ein wirklich massiver Widerstand ist. Weil die traditionellen Märkte, die sind gestiegen und in der Tat haben die traditionellen Märkte gestern Abend sogar grün geöffnet und wir hatten diesen Pump genau an dieser Stelle. Die traditionellen Futures-Märkte sind also momentan am Pumpen, aber Bitcoin nicht einfach, weil wir diesen massiven Widerstand über uns haben. Jetzt denkt dran, wir haben eben nicht nur die Rang in der Box, sondern zusätzlich dazu auch noch den gleitenden 200er-Wochendurchschnitt genau an dieser Stelle. Das ist der Grund, warum wir eben diesen massiven Widerstand für Bitcoin haben. Ich will euch jetzt einfach nur ein Update darüber geben. Im Vergleich zu den letzten paar Tagen hat sich sonst nichts geändert. Doch warum sage ich jetzt, dass wir möglicherweise in den nächsten paar Stunden eine große Bewegung sehen können? Naja, es hat mit dem hier zu tun. Doch bevor wir darauf eingehen, vergesst nicht Leute, wenn ihr von dieser Volatilität profitieren wollt, ihr erfahrene Trader seid, dann könnt ihr jetzt bis zu 4.500 Dollar als Trading-Bonus auf Femex bekommen, wenn ihr euch über meinen Link anmeldet. Deshalb, falls ihr Interesse habt, schaut euch das Ganze einfach mal an. So, und jetzt lasst uns mit dem hier weitermachen. CoinFlex, das ist eine Kryptoplattform und im Grunde genommen ist das jetzt die neueste Kryptoplattform, die die Auszahlung gestoppt hat. Möglicherweise wisst ihr das schon, aber ich will da ein bisschen tiefer gehen. Ich will das auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Was man hier jetzt auf jeden Fall sehen kann, ist, dass sie erklärt haben, dass aufgrund der extremen Marktbedingungen der letzten Woche und der anhaltenden Unsicherheit, die sich die Counterpartys entwickelt hat, dass sie jetzt bekannt geben, dass sie alle Abhebungen pausieren und erwarten, dass sie die Abhebungen sobald wie möglich in einer besseren Position wieder aufnehmen können. Sie schreiben außerdem, dass sie das selbstverständlich mit den Kunden kommunizieren werden, sobald sie mehr herausfinden werden. Also, das klingt jetzt zunächst mal gar nicht allzu dramatisch, wobei, naja, es ist natürlich dramatisch, wenn ihr da Funs habt, aber das ist eine Sache, die wir natürlich schon bei Celsius gesehen haben. Wir haben das auch von anderen Stellen gesehen. Interessant an der ganzen Sache ist jetzt jedoch, dass in dem Blogpost, da wird die betroffene Gegenpartei nicht genannt. Offensichtlich wird ihnen also von einer Gegenpartei eine ganze Menge Geld geschuldet und Lemp hat klargestellt, dass es sich bei der anonymen Entität weder um den Kryptohedgefonds Three Arrows Capital handelt, noch um eine Kreditplattform. Also, es ist weder BlockFi, wo wir ja wissen, dass sie in Schwierigkeiten stecken, es ist auch nicht Celsius, wo wir bereits wissen, dass sie in Schwierigkeiten stecken, und es ist auch nicht Three Arrows Capital, wo wir auch bereits wissen, dass sie in massiven Schwierigkeiten stecken. Okay, aber die Frage ist, wer könnte es sonst sein? Werden wir vielleicht bald ein anderes, großes Unternehmen sehen, das ebenfalls mit Insolvenzproblemen zu kämpfen hat? Denn das ist jetzt eine Sache, die Sie heute im Laufe des Tages mitteilen sollten. Wir werden hier also erst einmal einfach abwarten müssen, denn das Unternehmen hat gesagt, dass sie am 27. Juni ein neues Update veröffentlichen möchten. Wir werden also definitiv die Sache im Auge behalten. Sollte allerdings ein großes neues Unternehmen auf den Markt kommen, was wieder Bekottes oder Insolvenzproblemen hat, ja, dann denke ich, dass wir doch eine weitere Abwärtsbewegung sehen werden. Generell denke ich allerdings, dass wir momentan in einer Buy-Zone sind, was allerdings nicht heißt, dass wir schon den absoluten Boden erreicht haben. Ich denke, dass wir immer noch ein bisschen tiefer gehen könnten. Und ich denke, dass selbst wenn wir den Boden schon erreicht haben sollten, dann glaube ich nicht, dass wir in relativ naher Zukunft weitere, größere Bewegungen nach oben sehen werden. Ich denke, dass wir immer noch eine ganze Weile seitwärts laufen werden und wir noch viele, ja wirklich viele Gelegenheiten haben werden, uns sozusagen für den nächsten Bullrun zu positionieren. So, die Rallys, die wir momentan sehen, wie ungewöhnlich sind die denn überhaupt? Naja, in jedem einzelnen Bärenmarkt oder so im durchschnittlichen Bärenmarkt seit 1980, da gab es eigentlich immer drei Erholungs-Rallys von über 10%. In diesen Bärenmärkten, da haben wir also normalerweise kleine, also was heißt kleine, aber da haben wir Bärenmarkt-Rallys, um zu versuchen, die Leute wieder zu FOMO zu bewegen. Und dann fangen wir an, wieder Abwärtsbewegungen für Krypto zu sehen oder die generellen Märkte. Aber nochmal, also ich glaube jetzt nicht, dass es eine schlechte Idee ist, Krypto zu kaufen. Jetzt, wenn ihr keine Kryptos habt, wenn ihr plant, Dollar-Cost-Average zu betreiben, ich persönlich verkaufe zumindest keine Kryptowährung. Ich investiere per Dollar-Cost-Average in Bitcoin und Ethereum, weil ich denke, dass das eben keine schlechte Gelegenheit ist. Ich denke allerdings trotzdem, dass wir noch eine Weile seitwärts gehen und möglicherweise noch ein bisschen weiter nach unten. Vor allem, wenn man sich jetzt noch was wie das hier anschaut. Das hier ist der durchschnittliche Aktienmarkt-Drawdown vom S&P 500. Das ist das, wo wir gerade sind. Das hier, das war der Covid-Crash. Das hier war der Black Monday von 1987. Das war die Nixon-Rezession, in der man, nee, warte mal, Moment. Das ist der Zeitpunkt, an dem der Goldstandard abgegeben wurde. Das ist steigende Inflation und der Vietnamkrieg. Das ist die große Rezession und das die große Depression. Wenn man sich also anschaut, wo wir gerade auf dem Aktienmarkt stehen, da haben wir möglicherweise doch noch etwas mehr Abwärtspotenzial, was sich natürlich auch auf die Kryptomärkte auswirken wird. Außerdem, wenn man sich jetzt einmal die Bitcoin-Long-Term-SOPR anschaut, also die Spent-Output-Profit-Ratio. Ich glaube, das sollte die richtige Definition dafür sein. Da vergleicht man auf jeden Fall, wo die Bitcoin gekauft wurden und wie hoch der Gewinn zu jedem bestimmten Zeitpunkt ist. Auf jeden Fall, was man jetzt hier sehen kann, ist, dass, wenn man mal ein EMA nimmt, also ein 30-Tage-EMA hier, da kann man sehen, dass wir nach unten gegangen sind. Und normalerweise, wenn wir unter diese Linie fallen, da bleiben wir auch für eine ganze Weile unter dieser Linie, bis wir halt eben eine Erholung nach oben sehen. An dieser Stelle kann man sehen, wir sind da runtergegangen, haben eine Weile konsolidiert. Hier sind wir runterkonsolidiert, dann hier auch wieder und auch hier. Die Frage ist, was will ich damit sagen? Naja, wir könnten noch eine ganze Weile seitwärts gehen, bevor wir eben einen signifikanten Aufwärtstrend für Bitcoin erleben. Und wie ich bereits gesagt habe, Dollar-Cost-Averaging ist eine Sache, die ich mache. Ich glaube nicht, dass es eine schlechte Idee ist. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt All-In zu gehen, das könnte richtig gut laufen. Könnte allerdings, ja, man könnte halt auch die Möglichkeit verlieren, etwas tiefer zu kaufen und wenn überhaupt, dann denke ich, dass wir ja immer noch die Möglichkeit haben werden, Bitcoin zu kaufen, wenn wir weiter seitwärts gehen und vielleicht währenddessen ein bisschen weiter nach unten trenden. Und ja, das ist das, was ich glaube. Mal schauen, ob ich mit der ganzen Sache richtig liegen werde. Aber Bitcoin bei diesen niedrigen Leveln zu kaufen oder sagen wir, wenn ihr in zehn oder fünf Jahren zurückblickt, dann werden wir natürlich viel höher sein, meiner Meinung nach. Es geht also nicht darum, ob der Kauf von Bitcoin schlecht oder gut ist. Es geht einfach nur darum, ja, die Gewinne zu maximieren, die wir sehen werden. Aber wir werden einfach mal abwarten müssen. Im Grunde genommen war es das auch schon für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann teilt das Video mit euren Freunden. Falls nein, dann teilt das Video mit euren Feinden. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann im nächsten Video.